Heute geht es um das H oder CH. Nehmen wir mal den Kuchen. In der Mitte. Richtig. Drachen. In der Mitte. Rauch. Sprich mit. Rauch. 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 Sprich mit. Rauch. Am Ende. Richtig. Locher. Locher. In der Mitte. In der Mitte. Bach. Bach. Sprich mit. Bach. Am Schluss. Am Ende. Richtig. Taucher. Taucher. In der Mitte. In der Mitte. Prima. Dach. Dach. Sprich mit. Dach. Dach. Am Ende. Am Ende. Richtig. Und jetzt ein schwieriges Wort. Bach. 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 In der Mitte. Eine Bache ist ein Schwein, was kleine Kinder hat. In der Mitte. Und da fällt dir auch. Gibt es nicht am Anfang. Nur in der Mitte und am Ende. Süßte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017